Hallo Chat-Honig-Ducks. Ich dachte auch, dass... Ich muss sagen, danach war ich auch froh, dass es so schnell ging. Ja, da war ich auch froh, dass es so schnell rum ging. Es war so furchtbar. Also es war wirklich eine nette Idee, das mit einzubauen. Eigentlich sehr cool, aber halt richtig kacke umgesetzt. War nett, aber nein. So, jetzt müssen wir eigentlich nur... ...geradeaus. Also rechts und dann immer links. Genau, rechts einmal und sonst immer links. Oh, stopp. Ein bisschen. Wobei jetzt so einfach langsamer, glaube ich, puzzeln ist das gut. Ein bisschen kräftiger. Okay. Was müssen wir denn machen? Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Oh, das ist ungewohnt. Jetzt bin ich da ganz... ...auf der Seite. Ich hatte das Gefühl, so in der Mitte zu sein, ist viel besser, ne? Ja. Also ich war letztes Mal in der Mitte. Das ist so viel besser. Also zumindest trifft man halt viel näher. Nein, wir kriegen nicht den Essen. Ja. Oh, doch. Sehr schön. Okay. Jetzt habe ich 23. Am Rand ist das kacke. Achso. Nice. Ich frage mich, wie viele ich spiele ist davon. Okay. Ich frage mich auch mal. Alter. Ich frage mich auch für den Aufschneid. Ich frage mich. Ich frage mich nicht. Ja. Ich frage mich. Ich frage mich nicht. aber du kommst gerade mit ganz vielen wenn wenn die wäre wäre würde ich mit ganz vielen ganz links von links dann gehe ich jetzt wie die jedes mal in meine pinguin menge rein und wenn ich mich jetzt genau oder so die sportung nicht durchlassen ja gut dann renn da lang okay ich bleib mal hier dann hier ist keine pinguin mario hau ab gott sei dank was hier sind die npc ein bisschen anstrengend ok weiter geht es kack pinguin das wieder verkackt er ist so gut was hast du gesagt ach so jetzt mal wieder rein was ist das süß? gib mir den ball ist das normal joshi? nein ich will den ball los peach nein peach ok vielleicht hätte ich wieder keinen ja du mal wieder aber ein neuer rekord wir waren zwar besser weil du keinen minuspunkt gemacht hast wenigstens ja das dauert halt zu lange bitte einmal weniger das wäre richtig cool du musst halt ein bisschen mehr gas fest überzeugt das liegt daran dass du das nicht richtig machst das ist keine stelle ich möchte sagen mit ihr war ich Tretboot fahren ja aber war ich gut ich war voll am abtreten ich habe auch jedes mal den engsten weg bisher gehabt obwohl das ist bei dir auch nicht so nice ja hier sehe ich kann das einfach irgendwie jawohl also ich weiß nicht irgendwie kann ich ich kann das ja nicht ganz gut und geschmeidig alles voll weg nein zu sagen ja schade tschüss tschüss Nein, nein, Mann! Nein, Mann! Nein, Mann! Nein, Mann! Die raus. Okay! Ja, aber ich mag das Beicheln nicht lieber. Du hast keine Ahnung. Lass mich kurbeln. Ne. der war der war der war hart das schmerz ich habe aber auch ballons muss ich sagen weil die alle dass diese riesige lücke das heißt du müsstest theoretisch gesehen voll durchziehen ja das war ja schon mal schon sehr lecker du bist ja ich würde sagen ja habe ich versucht ja das wird kann es sein schade schade ich glaube ich nur bei dem was wir das letzte mal zum ersten mal gespielt haben das allererste spieler glaube ich bitte zwischen da haben wir nur den a-rang ja genau bei einem anderen haben wir glaube ich also voll durchziehen okay da ist der warum einfach durch die einfach durchziehen Ja, ich erinnere Gunslinge ganz unten links nein ganz links nein 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 nicht schon wieder ganz links ja woi easy first try also high five okay Okay, weiter. Vielleicht noch ein Ballon. Ja, der geht aber. Ich glaube, er muss nicht mehr so was. Nein, ich muss die Kerstin berühren. Nein. Wir haben schon. Alles gut. Das ist nett. Das ist sehr solide. Ich mag das. Ich habe das Gefühl, wir haben einfach schon eine Minuspiele raus. Ich glaube auch. Also jetzt kamen die ganze Zeit keine neuen bisher. Einfach weiter, genau. Weiter pannen. Okay. High five! High-Flying Balloons! High-Flying Balloons! Oh, oh! Ja, 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 ja. Okay, wir nehmen. Pairania Pflanzen. Okay, direkt einfach losgehen. Let's go! Ah, stop, stop, stop. Weiter, 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 weiter. Stopp. Weiter, 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 weiter. Gehen wir runter. Gehen wir durch den Matsch, ne? Geht. Ja, doch geht. Ich weiß nicht, ob es zu viel Zeit kostet. Ja, müssen nicht warten. Aber es geht ja. So, einfach weiter, die verschwindet. Komm mal hoch, 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 hoch. Na, das wird zu langsam. Nein! Hm. Ja, beim Jungen. Schade. Na, das war immer durch. Ich bin ganz schnell nach oben gemessen. Aber ist okay. Ja, das spielen wir aber schon mal. Hoffentlich. So schlecht ist es, wie ich spiele bei uns bisher. Ja, das ist richtig. Okay. So. Boah, wie einfach. Das führt nix. Boah, er ist wie beim T-Tour. Ah, ne, das ist ein Minipier. Auch los. Ah, das Lampereint ist auch ein Lampereint. Okay. Okay. Be fear. Meine Patientspace. Pay. Peace? B-Pyろ? Okay. Dann geht sie halt zu mir. Haha, ich weiß nie, was mit der los ist mit der Albe. Aber das ist okay. Die Puget ist ein bisschen... Besonders. High five! oder die zeit zumindest noch genau und 30 nah vor schade aber es ist und los und los ok und los und los 321 danke an die johann connection das ist bei mir keine ahnung das ist ja auch banane ja geil jetzt kommt natürlich die connection wieder egal ja mal immer sagen das finde ich ja ja warum wohl danke nintendo aber warum kann den händler nicht nein schlimm ist es nicht weil wir werden es ja nochmal spielen aber ich hätte schon ganz gerne in jedem mini spiel den s dran das ist halt abgesehen von den dings das war so cool ich muss überall den s dran ja ich glaube sonst haben wir überall den s dran aber das finde ich nicht gut ich habe ich nicht gesehen oh du musst paddeln, 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 einfach paddeln ist egal, hat es einfach paddeln, 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 paddeln ja, du kannst du es ich muss sagen, ja vielleicht ist es echt so ein ding aber das merke ich auch bei pokémon go ich muss manchmal nicht einfach so sitzen es war leider nicht ganz so viel spaß bei peach nein bei dem mini spiel mit motion control ich kann ja ja, bis ich weiß nicht ja, das nächste mal setze ich mich einfach direkt vor den fernseher, dann kann nichts schief gehen Ah, da sind so viele Welsen. Oh, dann ist der nächste Ballon. Oh, ne, der bewegt sich doch nicht, oder? Oh, ich bin okay, ja, dann let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, dann kriegen wir nicht. Nee, dann kriegen wir nicht. Ich glaub. Einfach weiter ballen, lassen wir mich einfach nur raus durch. Ja, das ist einfach super. Oh, sind wir okay? Ja. Ein, und dann liegt sich nicht genau. Jawoll! Ach, das geht nicht. Ah, ich bin als letztes, okay. Na, das war's. Guter. Ich denke vorhin, wie sie fällt runter, ey. Das wäre so asozial. Bye! Bye! Boah, jetzt muss ich noch einen Rekord geben. Fehlerfrei hier. Hm, perfekt, ey. A-Rang. Nein. Das wird traurig. Bisschen. Ja, aber anscheinend kein neuer Rekord sogar. Ich glaube, da gibt es keinen Rekord. Ach so. Na, aber doch von der Zeit her. Nein, nicht in jedem Minispiele. Ach so. Ich glaube, das ist nicht so gut. Nein. Nein. Ach, Mann. Boah, die. Man. Ah, shit. Boah, ey. Okay, die Diago, die ziehen. Wir dürfen da gar nicht in der Nähe. Wir müssen rechts, 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 rechts. Okay. Wow. Ah, gut, die kommt noch nicht in der Nähe. Ja. Paddel, paddel, paddel. Ja, ich will jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen vom Rand wegkommen. Ah, alles, alles okay. Ist okay. Ja, ich will jetzt mal gucken, dass wir da vorne nach ranreißen. Oha. Ähm. Ach so, paddel, paddel, paddel. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Nein. Ha! Keine Fie. Uns kriegst du nicht. Nein, krieg ich nämlich nie. Du bleibst weiterhin als Calamari-Futter. Ach so, das ist schon das Ende. Ja, ja. So, fertig. ich bin schon so mit konfetti und nein was ich mich frage ist müssen wir auch den einen kleinen ich denke es geht einfach nur darum die flag zu bekommen jetzt die fragezeichen